Hallo, heute wollen wir uns mal die Zeit nehmen, die Fragen unserer Zuschauer zu beantworten. Denn davon gibt es ja eine ganze Menge. Nicht wahr, Marc? Richtig, Christine. Denn genau das ist ja das Großartige am Internet, dass der Zuschauer sofort die Möglichkeit hat, wirklich zu jedem Scheiß-Thema sofort seine Meinung zu sagen. Beziehungsweise seinen Senf dazu zu geben. Ja, einer der meistgestellten Fragen der letzten Woche war Jeff Bridges. Exakt. Also in Sachen Interview mit Jeff Bridges wären wir seit einiger Zeit von seiner Managerin Hinga informiert. Nein, nur ein Scherz. Sie hat uns versichert, dass Jeff von zu Hause aus ein Interview mit uns machen will, sobald er im September aus Montana zurückkommt. Genau. Und wir haben auch keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Okay, noch sicherer wären wir, wenn die Mail mit Fassmail geschrieben worden wäre. Da sieht der Empfänger nämlich genau, wie die Mail vom Absender verfasst wurde. Also mit allen Pausen, Korrekturen und Löschungen. Das verrät oft mehr als der eigentliche Inhalt. Da kann selbst ein Liebesbrief schon mal nach hinten losgehen. Also ich bin jedenfalls optimistisch. Und deswegen können die Zuschauer auf unserer Homepage auch ab sofort Vorschläge machen, was wir den Herrn Bridges mal fragen sollen. Ja, ich würde ihn zum Beispiel fragen, was er da gerade macht in Montana. Ach du, als Star ist er immer irgendwo unterwegs. Da geht es ihm nicht anders als uns. Auch wenn das oft nicht ganz ungefährlich ist. Zumindest in japanischen Jets, beim Start aus Osaka. Aber zum Glück ist nichts passiert. Nur das Sushi war danach gut durch. Okay, nächste Frage. Viele Zuschauer wollen auch wissen, warum es in letzter Zeit oft so lange dauert, bis die neue Sendung erscheint. Was? Gut, wer das auch beantwortet. Ja, Entschuldigung. Alter, man ist kein Atom. Also dieses unglaublich schnelle und wendige Auto, das hier von der BBC-Show Top Gear vorgestellt wird. Der Atom ist so schnell, dass er sogar die meisten Motorräder abhängt und gnadenlos schlaffes Hautgewebe entlarvt. Schon gut. Ich weiß ja selbst, wie das ist. Man muss eigentlich ganz dringend Sachen erledigen, wird aber dauernd abgelenkt. Okay, und lässt sich auch gerne ablenken. Wie in diesem schönen, live gezeichneten Filmchen. Was du heute kannst besorgen, das geht sicher auch noch morgen. Was diese Leute, die uns ständig beobachten, offenbar auch sehr interessiert, ist das hier. Du meinst deine Frisurparodie? Ja, ich wollte mal was sagen. Vogelnest ist echt unfair. Mein Hei ist in Wirklichkeit viel geschmeidiger und weicher als so ein Vogelnest. Zumindest weicher als das hier, das von einer Taube zum größten Teil aus Nägeln gebaut wurde. Wohl indische Vorfahren. Taubengegure kann ich sowieso nicht leiden. Daue ich mir lieber ein paar Grillen an. Hier bei den Songs of Insects. Wo man sich ständig den Gesang von 76 Insekten anhören kann. Genau, wie damals bei ihrem Last Minute Schnäppchen. Ja, aber Marc hat schon recht. Es ist einfach unheimlich schwer, jeden Tag gut auszusehen. Offensichtlich. Ich meine, wir reden hier ja nicht nur von Fotos, die man zum Beispiel bei Fotoflexern nach Belieben bearbeiten und aufhübschen kann. Apropos aufhübschen. Stichwort Ehrensenf 2.0. Nein, 2.0. Nicht 2.0. Hm. Ja, oft werden wir von Usern und CNN gefragt. Wann geht's denn endlich los? Ja, bitte noch etwas Geduld. Spätestens am 1. Oktober ist es soweit. Im Hintergrund wird schon fleißig gebastelt. Und das können sie so lange ja auch machen. Mit diesen tollen Basteldeen vor allem für Kinder. Zum Beispiel eine Einton-Mondharmonika aus 3 Eis am Stiel stielen. Aber falls sie Nachwuchs lieber irgendwas spielen will, wie wärst du mit Topf schlagen? Äh, Kopf schlagen. Wie es die jungen Leute in diesem lustigen Video machen? Wobei, das müsste bei dem in der Mitte ja eigentlich viel holer klingen. Hier noch ein etwas spezieller Kundenwunsch. Der Zuschauer Norden Thomas würde sich gerne in meinem Rock fotografieren lassen. Hey, das ist kein Pervers oder so. Das ist ein ganz netter Familienvater, der diesen Rock einfach mal aus Spaß anziehen will. Da diskutiere ich mit dir jetzt auch gar nicht drüber. Der wird eingepackt, weggeschickt und fetisch. Fertig. Oder willst du auch mal? Nee, danke. Der ist mir eh zu groß. Außerdem stehe ich nicht auf Rock. Ich stehe ja eher auf Country. Das Problem ist nur, meine Freundin, die steht auf New Wave. Der guckt nicht so. Der hier versteht mich. Der weiß genau, wovon ich rede. Das ist ein verdammtes Problem. Da sollte man keine blöden Witze drüber machen. Übrigens, die am häufigsten gestellte Frage unserer Zuschauer lautet, wie heißt eigentlich diese Rubrik am Ende der Sendung? Spieletipp? Richtig, Marc. Und was kommt da immer am Ende? Trenner? Ja, das war's für heute. Und sollten Sie noch irgendeine Frage haben, scheuen Sie sich nicht, uns eine Mail zu schreiben. Aber Stichwort Spam nicht vergessen. Das war Ehrensepf. Ich bin Christine. Ich bin Marc Mekar. Tschüss.